Der zweite Starter hat die Stadt Nummer 22, das ist der Martin Ziegler. Danke schön, Markus. Auch bei euch, bevor wir zu den Kürvorträgen kommen, alle Pflichtposen. Jetzt noch eine ganz wichtige Ansage für die Kampfrichter. Bitte dran denken, ab jetzt greifen die Männerklassen, Master inklusive Männerklassen. Wir haben heute von der Firma Nutrition Lodge einen Best-Posig-Pokal zu vergeben. Der wird am Ende durch die Kampfrichter gekürt. Bitte mit dran denken bei den Kürvorträgen. Kürvorträgen. Applaus Ich glaube, ihr geht sehr posen. Geht doch. Sehr schön. Lantissimus-Posen. Seitliche Brustposen. Doppel-B-Z-Rückenposen. Komm, Sherry! Seitliche Tritz-Posen. Dankeschön. Und zum Abschluss Bauchbeine. Jawohl! Dankeschön. Haben wir noch Musik für das Postpon? Vielen Dank. Vielen Dank, ihr beiden. Jetzt haben wir gleich die Siegeherrung, dass ihr einen leckeren Fisch essen dürft. Zur Sehung bitte ich auf die Bühne den Klaus Maybaum. Das ist der Top-Vorbereiter vom Olympic Gym in Hamburg. Applaus gerade für. So, und der Klaus darf den zweiten Platz geben. An den Sherry Frontan. Automatisch geht der erste Platz, verdient an den Martin Ziegler. Von Eisenbach, Schön, bin ich gleich. Applaus Ich dürfte den Pokal nochmal vorne hinstellen, vielleicht für die Presse nochmal zwei, drei Bilder. Komm schon, ich stelle dich mal vor und mach ihn mal weg. Ich mach mal dunkel, dann ist er not. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Applaus